Herzlich willkommen bei einem neuen Astro-Video. Und heute reden wir über die Mondfinsternis, die sich am 5. Mai abspielen wird. Und im Gegenzug zur Sonnenfinsternis, die wir im April erlebt haben, können wir diese Mondfinsternis, zumindest das Ende dieser Mondfinsternis, auch von Österreich und vom zentraleuropäischen Raum aus sehen. Also so gegen 21 Uhr sollte die sichtbar sein am 5. Mai, während der Höhepunkt dieser Mondfinsternis ca. halb acht, also 19.22 stattfinden wird. Und diese Mondfinsternis, ich blende es dir gleich noch einmal an, ist natürlich eine sehr spannende, sehr mystische Mondfinsternis. Was bedeutet Mystis? Die findet statt, der Mond steht im Skorpion, im Zeichen der Transformation der Magie, im Zeichen der fixen Bindungen, auch der Beziehungen und der Verbindlichkeiten, auch in Bezug auf die Gedanken. Und da steht dieser Mond und wird jetzt eben dann bedeckt vom Erdschatten und wir haben eben diese Mondfinsternis. Und wenn man sich das mal vorstellt, also Mond im Skorpion, wo steht dann die Sonne gegenüber vom Skorpion? Die Sonne steht natürlich, das wissen alle Stiergeborenen, die steht jetzt im Stier und da ist jetzt eine Opposition hin. Und diese Sonne im Stier ist auch nicht irgendwo, sondern die ist auch kurz vor einer Konjunktion zusammen mit dem Uranus. Also mit einem großen Orbis kann man das schon zählen, die ist in Konjunktion zum Uranus im Stier und hat eine Konjunktion zum Merkur auch noch dazu. So, und jetzt wird die ganze Geschichte spannend. Und zwar spannend insofern, weil ja sich diese Mondfinsternis auf mehreren Ebenen auswirkt. Die erste Ebene, Stier heißt einfach, was ist es? Materie ist unser Besitz, ist das Geld, ist das unser Hab und Gut, ist der Körper. So, jetzt haben wir diese Mondfinsternis im Skorpion, das heißt einfach Transformation der Gefühle. Das ist so eine Transformation deiner Gefühle, soll da stattfinden. Und vor allem das, was du denkst zu fühlen, das klingt jetzt vielleicht, wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, was denkst du zu fühlen? Aber mach dir in so einer Phase bewusst, und das ist eine gute Phase für dich, für die Innenschau, wo ich sage, was denke ich denn zu fühlen? Das heißt, was glaube ich denn, was eigentlich mein Gefühl ist? Und ist das wirklich mein Gefühl? Und das können wir uns in dieser Zeit, um den fünften Mai herum, gut anschauen. Was heißt denn ein gedachtes Gefühl? Zum Beispiel, du bist in einem Elternhaus aufgewachsen, das immer von viel Unsicherheit, viel Ängsten geprägt war, und hast selber das Gefühl, dass du selbst ein eher ängstlicher Typ bist. Und dann kann es aber sein, dass das Familienmuster sind, Familienprogramme sind, dass das, was mit Skorpion zusammenhängt, was Ererbtes ist. Oder auch mit Skorpion Mond, das Ererbte der Mutter ist. Das heißt, Gefühle, die ich vielleicht von der weiblichen Seite übernommen habe. Und die strahlen dann womöglich wohin in deinen Körper, die strahlen in deine Materie rein, was sind da für Programme, die du übernommen hast. Und damit kannst du dich gut auseinandersetzen und auch sehr gut beschäftigen in dieser Zeit. Wichtig ist, es geht, wie gesagt, um Transformation, um Stirb, um Werde und um das Loslassen gewisser Sachen. Aber durch das, dass sich diese Mondfinsternis, diese Transformation der Gefühle so stark auch in den Körper, in die Materie auswirkt, kann man das natürlich auch weiterdeuten. Und wir haben eben so eine Merkur-Konjunktion. Das heißt, das Thema ist ganz klar. Und da merke ich noch dazu, ist ja jetzt noch rückläufig auch. Also das Thema ist ja da ein ganz, ganz klares Thema. Das heißt, wir haben diese Blockade in der Mechanik, die Blockade in den Verträgen, die Blockade im Handel. Die Handelsblockade wird da auch noch einmal transformiert, Stirb und Werde. Das heißt, da kann sich etwas ändern mit gewissen, womöglich, Ultimaten in dieser Zeit. Es kann auch sein, dass da natürlich mit Merkur-Handel, wo wird noch gehandelt? Mit Geld an der Börse, mit Banken. Auch da, dass dann noch einmal eine gewisse transformatorische Energie kommt und dass etwas, was dann nicht so ganz stimmig ist, noch einmal transformiert wird in dieser Zeit. Also das ist durchaus brisant und aufgeladen. Und dazu kommt noch der Uranus, der Revoluzzer im Stier, der ja da jetzt schon sein, ich möchte nicht sagen Unwesen treibt, aber der da auf jeden Fall aktiv ist, jetzt schon eine Zeit lang. Und wo wir eh die ganzen Banken, Umwürfe und Unsicherheiten in der Materie, wo wir das alles erleben schon. Und dieser Uranus, das bedeutet einfach auch noch einmal eine Unruhe im Volk. So könnte man das sagen, eine Unruhe im Volk, in der Masse. Und auch noch einmal, wo die Leute unruhiger, geladener werden. Weil, stell dir das mal vor, du hast in dir ein Prickeln, eine Energie, die kommt nicht richtig raus. Und gegenüber steht aber dein Gefühl in der Transformation. Das heißt, da steckt etwas und das möchte raus. Und das ist in einer Spannung, möchte sich das entladen. Das heißt, das ist eine geladene Zeit für, ja, man könnte fast sagen, für Aggression, und dass da etwas ausbricht. Das kann auch mit Gewalt zusammenhängen oder mit Unfällen zusammenhängen. Also das ist durchaus eine sehr, sehr angespannte, aufgeladene Mondfinsternis, der wir da begegnen. Und es ist ja nicht der einzige Aspekt in dem Mond da drauf. Also es gibt auch noch ein anderthalb Quadrat zur Venus. Und die Venus steht da im Zwilling. Und das ist wieder so Kommunikation. Also das Zwilling ist Kommunikation. Venus ist natürlich auch Partnerschaft. Ist ein bisschen so die Sinnlichkeit. Ist ein bisschen so die Erotik auch rein. Ist auch das weibliche Prinzip. Das heißt, da kann es natürlich zu tiefen Konflikten in Partnerschaften kommen, beziehungsweise auch in der Kommunikation mit der Partnerin, mit dem Partner. Das ist eine sehr, sehr spannende, transformative Zeit. Und das musst du dir vor Augen halten, dass du da wirklich sagst, okay, man ist vielleicht schneller auf 100, man ist vielleicht schneller geladen, man spürt vielleicht, es gehört etwas geändert. Aber ich frage mich dann immer, beim Ändern ist das A jetzt der richtige Zeitpunkt und B ist das jetzt der richtige Ansatz, wo ich was ändere oder wie ich etwas ändere. Und wenn ich sage, und das erlebe ich ja bei Partnerschaften immer ganz stark in Konflikten, da gibt es oft nur schwarz oder weiß, Hopp oder Drop, stirb oder lebe. Und statt dass man da kreativer wird und mehr Lösungswege sich überlegt, was sind denn kreative Lösungsansätze? Und in dieser Zeit, Anfang Mai, bei dieser Mondfinsternis, kann es eben wirklich ganz stark zu Konflikten kommen, die dann oft in einem Hopp oder Drop, Daumen hoch, Daumen runter, in Extremen enden. Und deshalb möchte ich dich da vorwarnen, also wenn sich irgendetwas zusammenbraut, eher diese partnerschaftlichen Gespräche auf ein bisschen später verschieben, weil da kommt nichts Gescheites raus. Also geht gar nicht. Man hat da überhaupt keine Möglichkeit, da auf einen grünen Zweig zu kommen, auf deinen gemeinsamen Wändler zu kommen, weil da einfach wirklich so viel Spannung und so viel Ladung und so viel Aufladung einfach ist. Also da knistert es richtig in der Luft. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das negativ sein muss oder immer recht schlimm sein muss. Aber wir merken einfach, dass alle großen Planeten, die großen, ich nenne es mal die Schicksalplaneten, irgendwie aspektiert und eben geladen sind. Wenn man sich den Saturn anschaut, der in einem Fische steht, der hat auch ein 100,5 Quadrat hin zum Mars im Krebs. Naja und was ist Krebs? Das ist noch einmal die Familie, das Heim und das Saturn, die Grenzen, die Regeln, die verschwimmenden Regeln und eben dann auch so ein bisschen so dieses Brodeln in den eigenen vier Wänden. Das haben wir im Stier eben auch schon im Volk und da haben wir noch einmal dieses Brodeln dazu aspektiert. Das heißt, einfach bleib gewahr, bleib bei dieser Mondfinsternis, bleib in dieser Zeit einfach ganz bewusst bei dir und das ist ein Riesending, was wir da im Mai haben. Es kommt noch mehr, der Mai hat schon noch was zu bieten, also das ist nicht die einzige, unter Anführungszeichen, spannungsgeladene Zeit, die wir haben und wir werden natürlich da auch noch einmal Uranus im Stier, also diese Transformation der Materie, Transformation im, ja, einfach auch im Volk, dass das, da tut sich einfach was. Wenn wir jetzt so Meldungen haben, wie in Deutschland, dass da dann nur mehr Wärmepumpen eingebaut werden dürfen ab einem gewissen Datum und eben nur mehr auf neue Technologien gesetzt werden, die aber auch keine Lösung sind, das heißt, dieses Überhudelte, diese Vernunft, Panik möchte ich fast sagen oder dieses Umwandeln von etwas, wo aber noch kein Plan da ist und da kommt auch kein Plan raus, bitte und dann merke, rückläufig völlig gaga da jetzt irgendetwas zu entwickeln, wo man sich dann denkt, ja, da kommt jetzt was Gescheites raus, also garantiert nicht, wird sich nicht so manifestieren lassen, wie man sich das vorstellt und wir sehen eben da eine enorm aufgeladene Zeit, der Stier ist extrem geballt und wir werden dann erleben, dass der Jupiter ja auch dann bald einmal an die Tore des Stierhauses klopft, das schauen wir uns dann mal in einem extra Video an, weil da wird es dann auch nochmal interessant, ja, aber auf jeden Fall, 5. Mai, hey, diese Mondfinsternis, das Ende der Mondfinsternis so ab 21 Uhr circa wird eben in unseren Graden, Breitengraden auch sichtbar sein, also kannst du ja mal schauen, was du da entdeckst, den Höhepunkt will man nicht ganz sehen, aber wir sehen zumindest noch den Rest davon und dadurch ist das auch etwas, das uns enorm betreffen wird. Ich gebe dem jetzt noch einmal auch noch einmal mehr Bedeutung für unsere Breiten, gerade für den europäischen Raum, weil das ja sichtbar ist. Die Sonnenfinsternis noch einmal, die war nicht sichtbar bei uns, aber die Mondfinsternis, die haben wir jetzt sichtbar bei uns und jetzt schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Auf jeden Fall eine spannende Zeit, eine geladene Zeit, halt der Innenschau, bleib bei dir, bleib klar bei dir, vielleicht auch so eine Zeit, noch einmal sich mit den eigenen Gefühlen, mit den Gefühlen aus dem Familiensystem zu beschäftigen und da was zu lösen und auch eine Zeit, wo du dich damit beschäftigen kannst, was habe ich um mich gescharrt, was habe ich denn in meiner, in meinem stierischen vier Wänden da um mich gescharrt und was brauche ich denn vielleicht nicht? Vielleicht versinke ich irgendwo schon in einem Chaos, meine Wohnung schaut aus oder sonst was. Also schau dir das einfach an, sei da ein bisschen bewusster, werd dir da ein bisschen klarer und ja, dann denke ich, kommst du auch gut da über die Runden. Vor allem auch bitte keine Diskussionen partnerschaftlicher Natur führen, denn das wird wahrscheinlich ins Auge gehen und ja, schauen wir mal, was sich da tut. Wie gesagt, 5. Mai, die Mondfinsternis mit einer, mit einer kräftigen astrologischen Energie, einer großen Auslösung und wenn wir dann eben noch mal so eine Uranus haben und dann der Jupiter kommt auch noch mal in den Stier, also das werden wir materiell spüren, das werden wir an der Börse spüren, das werden wir wahrscheinlich auch bei alternativen Währungen spüren, bei Bitcoin und Co. Also es ist auf jeden Fall spannend. Ja, ich bin gespannt dann über deine Erfahrungen, was du da machst mit dieser, mit dieser Mondfinsternis, wie empfindest du denn diese Zeit in Sonne, Uranus, das spüren wir ja schon. Hast du auch das Gefühl, es ist alles so in Bewegung, es ist alles so ein bisschen unsicher, es geht zwar viel schnell weiter, aber die Zeit verfliegt irgendwie und ja, also ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich wünsche dir aus dem wunderschönen Linz alles Gute und eine gute Zeit und ja, vielleicht interessiert es dich ja noch mal, gerade in dieser Zeit etwas zu machen, eine Ausbildung zu starten, Stabilität zu suchen, dann lade ich dich noch mal dazu ein, schau mal auf meiner Homepage die neuen Kurse an, schau dir einfach mal an, auch die Ausbildung, da kann man jetzt noch einsteigen, die Jahresausbildung, mediale Energetik und ansonsten natürlich kannst du dir jederzeit auch mal ein Horoskop bestellen mit den Transiten, wo du dann auch siehst, wie betrifft mich denn da jetzt was? Weil man muss ja immer natürlich auch individuell schauen, wo steht denn da, wo steht denn da diese, wo findet diese Finsternis statt? Wo betrifft mich das in meinem Geburtshoroskop und dann auch in meinem Leben? Okay, ich wünsche dir eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuhören aus dem wunderschönen Linz, bis nächstes Mal, dein Oliver Arani, Tschüss. und dann auch in meinem Geburtshoroskop 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 Vielen Dank.